So, nach unserem vielversprechenden Intro, würde ich mal sagen, willkommen zu... Oh, hallo, ich bin Jolly... was? Jolly Roger, Bürgermeister und Inhaber dieser herrlichen Haffenspulke. Ein... eine Ingwerlimonade, bitte. Oh, ich wollte euch nur zu klein bedienen, aber im Moment ist er unglücklich. Meine Partnerin ist verschwunden. Das ist traurig. Wo bleibt denn die ächte Limonade? Kazooie. Oh, Verzeihung. Und wo hast du sie zuletzt gesehen? Oh, gestern Abend fuhr sie auf den Weltreiter. Den Weltreiter? Dann klang es, als ob er das verschluckt würde und als ich nachschau, der war sie weg. Bestimmt wurde sie von einem Meeresungeheuer, der ist verschluckt. Oh, hoffentlich nicht. Es ist bald Happy Hour und ich brauche Unterstützung. Möchtest du ein Zimmer mieten? Für zwei Supplen, weil dieser unverscheinnte Mann auf ein Loch in die Ecke gegraben hat. Wie steht's? Ei, ei. Okay, Großer. Lass mal Geld sehen. Wunderbar. Ey, mach nicht Suina. Ich mach nur schnell auf, okay? Dankeschön. Und wie kannst du nur schlafen, wenn meine Partnerin vermisst wird? Das ist doch wirklich doch ein Scheiß. Ja, nein, tut mir leid. Ich wusste mich, die Scheiß interessiert, weil... Ginger, hier. Was ist Gin? Was? Fuck. Oh, zur Hölle. Warte. Du tust dich nicht. Ich spiele das Spiel für mich seit Jahren, oder was? Moment. Das... Warum bin ich immer so viel cool Sachen raus? Balloncieren. Du motherfucker. Gut. Mal schön einen Part verschwenden. Das ist ja was geiles. Nein, es ist nicht. Schade, aber cool. Ich weiß, es ist noch nicht geiles ausgefunden. Ich spiele schon seit... ...sechs Jahren, oder so. Wenn unter Wasser von Schurken überfallen, dann schieße ich zurück und scheine es allen. Drücke Zeh oben und mach die Suche an. Drücke Zeh oben und dann schieße ich auf den Kampfbegle zu haben und das ist doch lautlich reingedritten. So. Oh, das ist eine Feder. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, guck mal. Das ist ein... Das ist ein Wasserbett. So richtig exotisch. Oh, okay. 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 Nehmt diese outlets uns kleben. Oh, okay. Daslegt man sein kann. Oh, ciao. Du hast hier so... Oh, dieinis�분. Oh, das wird echt gut geklappt. Oh-uch, das Championships. Oh. Oh, okay. Ah, ich hab mal geträumt. Ooh, das hier ist schon so Schlitz. Oh, das ist schon gar nicht. Das ist schon해서 zwANA, das ist schon особravillend. Isla ist mit mir genau recht gut? Um so Hilfe, ich renewableere leistens zu lassen, das ist egal. Ich hab mal geträumt. Was denn? Ich hab mal geträumt. Jetzt sag. Ich hab mal geträumt. Äh, ich nicht. Alter, jetzt haben wir fünf Minuten. Ein dritten des gesamten Parts schon wieder hier in der Spalluten verschwendet. Hoffentlich war es für euch witzig genug. Aber wirklich. Gibt's Schellen, bis der Blut spuckt? Okay, es war bis jetzt Psycho. Ein bisschen. Oh, ein bisschen. Ich hab immer ne andere Stimmlage, wenn man mehr so fällt. Das ist mein Kind davon nie aufgefallen. Echt? So blind bin ich jetzt Kind gewesen. Äh, gar nicht zurückbekommen. Das ist mein Kind davon. Du erinnerst mich ein bisschen an Siego. Wir haben mal ein Club. Ein bisschen Zauber, ein bisschen Gebebe-Mumbo. Ein bisschen Gebe-Mumbo. Ein bisschen Gebe-Mumbo. Ein bisschen Gebe-Mumbo. Well, natürlich. Oh, ein paar. Es gab sicher mal eine Mischung von meinem Lieblings-Letsplayer und seinem Kollegen, der hat so irgendwie, haben sie gesagt, nennen wir ihn Simbo. Oder Jimbo. Das ist eigentlich voll schwul. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt nachgucken. Muss ich das Peugeot Tree Part Let's Play nochmal gucken. Wird interessant. So. One, two, three. So. Wo fängt das zu funktionieren? Sonnenlicht. So, stoffweiliges Wasser. Ja, das ist eigentlich die ganze, das ganze A und O in diesem Level dieser Welt. Ja, das könnte ich sagen. Eigentlich ist es eine Insel und das ist eigentlich ein kleiner Abteil der Insel. Warum auch immer im Berg drinnen, äh, Sonne und Berg und Luft. Mumbo, großes Licht im Wasser scheinen lassen. Wasser ist viel Sauerstoff. Wer und wo nicht mehr Luft anhalten muss. Ja, das ist eigentlich eines der geilsten Features unter Wasser. Gut, die gab es ja schon in, weiß nicht, Donkey Kong Country oder in anderen Spielen. Aber dafür, aber dafür den Fakt, dass du am Anfang da nicht tauchen konntest, ich weiß gar nicht, ob es möglich wäre, ohne dieses Verzaubern überhaupt hier unten leben zu können. Also jetzt, frag mich, wie ich den Bossplatt mache. Mit der Fähigkeit mache ich das nicht. Habe ich nie gemacht. So, wie ihr seht, wir verlieren keine Luft. Und wir lernen hier übrigens... Oh, ist auch ein Nils, wenn der Lipps wieder. So, wir müssen jetzt, äh, Tiere quälen. Im Auftrag von Tom Riddle. Ah ne, jetzt geht er mit Eis ein. Und den hat man mehr. Wäre auch, weil es auch gefallen. So, ist das der richtige Weg? Ich hab keine Ahnung. Hallo, Herr Okterus. Alter. So ist er oft los. Nicht Okterus, Okterus. Kannst du dich versprechen, Bordring? Doch, kann nicht. So, wir sind jetzt in Atlantis. John Lortz, äh, Atlantis, ja, hab ich doch grad gesagt. Warum will mir das Spiel nicht glauben? Äh, egal. Ich hab dich über den Kuss in jedem wieder rumheulen. So, hier eine Kassieplatte. Bist du jetzt getötet? Äh, das sieht nicht so aus. So. Ja, jetzt lernen wir die Fähigkeit. Mit der können wir ihn wieder, darf ich jetzt wieder in ganz viele Welten zurück? Aber jetzt muss ich gucken. Wir können, ich wusste jetzt, was ich merke. Ok, Welle, Dreieck, Welle, Dreieck. Warte. 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 Die Welle. Dann ein Dreieck. Also ein Triforce. Dann Welle, Welle. Komische T-Zeichen. Das ist, was war das? Pi und Omega. Welle, Dreieck, Welle, 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 Pi und Omega. So ist die Welle. Du bist die Welle. Ist das Dreieck, ist das ein Triforce? Egal. Nein, Triforce. Ich darf ja nicht Triforce sagen. Das ist ja nicht meine Art. Und? Hä? Zur Hölle? Omega. Omega. Gut, okay, doch. Ich habe mich am Anfang jetzt nicht verstanden. Ich habe mich immer rumgerät. Ach, das hätte eigentlich keinen Sinn, warum ich mich so rumgerät muss. Das steht an der Tür. Aber ich war ein 16-jähriges Jahr. Ich war noch älter als davor. Ich bin nämlich hierüber geworden. Ja, klar, Patrick. Ja, ja. So. Das ist gerade auch einer der besten Worte aus dem Spiel eigentlich. Das ist ja jetzt ein Fischdurm. Das ist quasi wie die Love Parade, nur unter Wasser. Ja, genug Tote gibt es hier ja auch. Alter, wie gemein. Und hier ist er. Unser Opfer, äh, unser Freund. Hallo, du. Oh, ja. Ich heiße Kross. Kross klingt nicht sehr nach Schweine. Eigentlich meine ich Kross gebraten. Ah, verstehe. Was tun wir denn? 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 Ich mache Urlaubenversuch. Ich habe mal davon Zeichnungen an die Wenden schon fotografieren. Klingt faszinierend. Ja, süß, süß. Hesichnusfrasch Hänell river Zusammen Nein, 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 ich bin schon selber nach unten. Ich würde mich als Hexe vollbehindert abnehmen. So, hier passt es. Ich habe auch Hannibu drin. Ich glaube, da ist Hannibu oder Hannibu. Ich freue mich so, komm. Meine ist kein einziger Fisch, darf ich beißen. Warte, ich gehe jetzt nicht sogar mit Eiseiern. Ging auch. Gut, dann benutze ich jetzt mal die Eiseier noch. Denn von denen habe ich Blut. Sie wird immer bedrohlich. Das mag ich nicht. Ich bin ja alle gezebt, gezebt. Ja, du. Wie sieht die komische Strom da? Dein ist einer. Da. Gut. Ich glaube, das reicht. Ich gehe mir an die Oberfläche. Du Oberflächliche. Und ich habe da schöne Bilder gemacht. Wenn ich verklage, ich gehe. Ich habe alles im Kasten. Vielleicht hast du wieder Rest an diesem Ding hier. Was ist das für ein Keks? Tja, ich lasse diese Bilder jetzt wickeln. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn das hin? Wo ist denn das hin? Vor allem, wir könnten es sich das leisten, wenn es sich nur meine Einwegkamera leisten kann. Jetzt spielen wir halt zu sagen, dass eine Kamera teurer ist als sowas. Ich bitte nicht. Weil, mit dem Schnorchel unter Wasser, aber das geht ja mal gar nicht. Egal. Spieleloge. Da fragst du nicht mal so, dass sie dich nur töten. Wie du schimmst. Was? Egal. So. Damit der Partnerin irgendwann mal so richtig spannend ist, weil ich ja schon ein ganzes Drittel verschwendet habe. Lernen wir jetzt die Allzeitfähigkeit, die wir jetzt in jedem Level brauchen werden? Na, eigentlich nicht. Aber mit dem müssen wir in ganz verschiedene Level zurück. So. Wir sind jetzt nicht da als in Flucht. Man kann sich diesen Namen so gut merken, weil sie einfach mit zwei gleich Buchstaben beginnen. Das ist ein gutes Spiel von Ragleys. Haben sich einen Namen gemacht. Z. Die Vogeln aber nach vorne schießt. Wie ein Doppel sieht das Wasser düst. Kannst du Rapper werden. Der Refecho stickt zum Sondern A für die Stelle. Und B bringt zurück zum Bench auf der Schnelle. Das sind dann alles rechgetreten. Gut, mit der Flucht kann ich mir mit dem nächsten Tat vieles anfangen.